So, hallo Leute, ja, ihr habt ja gemerkt, dass ich in letzter Zeit weniger Videos so klar habe, beziehungsweise in letzter Woche gar keine Videos. Ich glaube, mein letztes Video ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, beziehungsweise ich habe gestern mein letztes geüploadet und zwar war das Adventure Craft Part 14. Wie denn auch sei, ich hatte jedenfalls privat so keine Zeit, um abzuladen und zu rendern und dann wollte ich uploaden und dann ging mein Internet nicht, was sehr ätzend war. Aber jetzt geht ja mein Internet wieder und ich habe auch wieder Zeit. Jedenfalls hatte ich zum einen Teil deswegen privat keine Zeit, weil ich und ein paar Kumpel Hangar Games gezockt habe. Ja, ähm, ja, und zwar, für die, die noch nie Hangar Games gezockt haben, ähm, Hangar Games ist so gesehen Adventure Map, die downloadet man sich für Minecraft. Ähm, ja, man ist eingesperrt in einer riesigen Glaskuppel. Und in dieser Glaskuppel ist man mit mehreren Freunden eingesperrt. Also wir waren zu sechst, aber dazu komme ich denn später noch. Und jedenfalls, äh, warte mal, muss ich kurz was gucken, alles klar. Jedenfalls, wir waren zu sechst. Und in dieser Glaskuppel sind Truhen versteckt und auch Dungeon und alles sowas, also alles von Usern per Hand gebaut. Da sind Truhen und alles sowas versteckt. Die kann man halt finden. Und muss sich dann so gesehen rüsten, um dann gegen die anderen anzutreten. Also der Sieger ist der, der jeden von der Map gekloppt hat, sodass keiner mehr lebt. Also du musst halt jeden, äh, wegsmashen, sag ich jetzt mal. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du halt der Sieger. Und wir haben das so gemacht. Ach so, und man darf keine Blöcke oder so abbauen. Also man kann sich auch nichts craften, weil man kann halt keine Blöcke abbauen. Und wir haben das so gemacht, jeder ist im Team. Ich bin im Team mit Max, den kennt ihr schon. Aus meinem, äh, Let's Eat, wenn ihr das gesehen habt. Wenn nicht, äh, solltet ihr euch das angucken. Und bei Let's Play Slender hat er auch noch mitgemacht. Dann ist das Team 2. Ähm, Saxes heißt dann Minecraft, wir nennen ihn immer Beros. Und Black Manitou heißt die zweite Person in Minecraft, wir nennen ihn immer Niki. Das war jetzt Team 2. Und Team 3 ist Jean, wir nennen ihn Julian. Und XXBodoXX, wir nennen ihn Richard. So, die anderen Namen sag ich jetzt dazu, damit, wenn wir uns unterhalten, weil ich und Max, wir telefonieren halt in Skype. Ähm, wenn wir uns unterhalten, damit ihr auch wisst, wer gemeint ist. So, dann kommen wir jetzt hier dazu, ähm, und zwar gibt es ja immer ein Admin, der Hunger Games leitet. Also, einer drückt hier zum Beispiel den Hebel und dann geht's los. Also, man ist am Anfang in Glas, Gefängnissen eingesperrt, wird der Hebel gedrückt, da wird man dann mit einem Pisten rausgefahren. Und dann kann's losgehen. In der Mitte stehen den Truhen, das seht ihr dann alles. Gibt dann auch einen kleinen Trailer mal zu der Map. Ähm, na jedenfalls in der Mitte stehen den Truhen. Und da stratsen dann alle hin. Und nehmen da das Zeug raus. Ähm, drei Minuten lang ist kein PvP. Und dann wird PvP angemacht, denn kann jeder gegen jeden. Also, die drei Minuten sind halt dazu da, um Zeug zusammen zu sammeln. Ähm. Oder vielleicht was drängen? Ähm, na jedenfalls, ja, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Ich hab die Teams erklärt, ich hab die Regeln erklärt. Ich müsste jetzt eigentlich alles erklärt haben. Oder, das heißt, es könnte doch eigentlich mit dem ersten Part jetzt schon losgehen. Ja, ich müsste jetzt eigentlich alles gesagt haben. Ja, aber wenn ich irgendwas vergessen hab, ähm, tut's mir auf jeden Fall leid. Deswegen würde ich mal sagen, kommt jetzt hier der Trailer zu der Map, die wir zocken. Und dann geht's auch schon los mit dem ersten Part von Hunger Games. Viel Spaß! Und dann geht's. So was muss es nicht unbedingt sein. Okay, jetzt geht's los, Leute. Ähm. Hallo? Schalter? Alter, die Schalter gehen nicht. Seid ihr schon oben? Okay, kannst du einfach an schwarzen Balken drüber machen. Nee, kein mit meinem Programm nicht. Das ist ja das Dome. Also, ich kann schön Effekte machen, aber das nicht. Oh, Alter, bin ich noch da shoppen. Neu, jawohl, Beerus. Beerus? Wolltest du schon wieder von mir raus, oder was? Okay, Leute, drei. Zwei. Eins. Go! Wo, 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 wo! Truhe. Heiliger Hoper. Wow. Alter, ich hab übelst dick abgesandt. Ja, ich auch. ich muss schon aus dem Game-Mod setzen geh mal zu unserem Zauberturm so, okay ja, warte ja ich wollte ne Apfel, war bei der Labe das weiß ich noch, den hole ich schnell holt's halt nicht dran, ich hab drei Enderperlen ich geh da in das Haus ja, ich geh da in das Haus scheiße, Julian holt sich den goldenen Apfel der Arsch ich hol schnell den Bogen, ja das ist mir irgendwie wichtig ja, mir auch scheiße, dass man von Anfang an nicht schon killen kann, das hätte ich jetzt Julian schnell weggehauen tja also ich kenn das nur mit aber ich kenn das eigentlich, dass das gleich von Anfang an ist so ich hab das nur so gesehen dass sie sich gleich am Anfang auf die Fresse geben also so hab ich in den meisten Videos eigentlich in allen Videos gesehen besetzt aber hier ist der Sprung wieder so oder ich benutze ne Enderperle na nimm noch, dafür ist du da ach, leck mich am Arsch, ich benutze einfach Ender spart Zeit ja, das stimmt ich hab jetzt nen Bogen, also wenn wir jetzt noch Pfeile haben, dann ich hab Pfeile leu, gib mir die ok, wenn wir haben willst war bei dem Schiff, was gut ist weiß ich nicht ich geh schnell zu dem anderen Haus, hier ist ein Haus da ok, Eisenstadt habe ich schon da war am Anfang bei Natur drin Angel Kohle frottisches Fleisch, Fisch, noch ein Fleisch und wichtiger Schalter ich bin beim Küchendingster ich hab drei Rohr Fleisch ich geh jetzt in den Leuchtturm ich komm mal zu dir jetzt ah, ja genau, die Fallschirm Fallschirm was ist denn Leuchtturm? so, na, das, das Sandding ach, das Sandding da ok na, genau das ich habe da, glaube ich, erst deinen Namen gesehen ist leer verdammt hier war erst echt Ender na gut ah, dich wohl schnell was war hier drin, Brot, dreimal gut wo bist du jetzt, beim Leuchtturm noch? ähm, hä, muss ne, gar nicht ich hoffe, ich geh jetzt in die richtige Richtung dafür hier ist ein Schwein, das nehm ich mit schnell der Gang ist weg ah, der ist ja, alles klar was bringt denn Unendlichkeit beim Bogen, ich weiß das, irgendwie nicht auch, gar keine Ahnung, komm mir ehrlich zu sein lol der heckt tja hast du beim, äh, beim, Zaubertisch hier die Truhe geholt? ne hab ich geschneit ne na, das, bin ich so, ich bin jetzt äh, ja geil, ich hab nicht mehr die bringt's richtig die Vielen Dank.